Bei unserem heutigen Innovationsworkshop wollen wir den teilnehmenden Methoden an die Hand geben, um zukunftsträchtige Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und das ist vom Erkennen der Bedürfnisse über die Entwicklung von kreativen Lösungen bis zum Pitch vor der Jury mit einem tragfähigen Geschäftsmodell ist da alles mit dabei und es ist ein spannender Tag für alle Beteiligten und wir freuen uns schon auf die Pitches nachher. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.